Hallo und herzlich willkommen auch in dieser Woche mit einem neuen Tipp der Woche. Unser Tipp für Sie heute ist McDonalds. Der Fastfood-Riese hat in der vergangenen Woche starke Zahlen präsentiert, hat die Erwartungen der Analysten übertroffen und konnte nach den pandemiebedingten Schließungen im vergangenen Jahr, vor allem im internationalen Geschäft, deutliche Zuwächse verzeichnen. Doch auch im US-Heimatmarkt läuft es weiter gut. Die neuen Produkte von McDonalds kommen gut an. Immer mehr Leute strömen in die Restaurants und das hat der Aktie ein neues Rekordhoch beschert. Wir sehen es. 250,58 Dollar notiert die Aktie aktuell. Seit Monaten zeigt der Trend nach oben. Pö a pö geht es immer weiter hoch. Die 200-Tage-Linie wurde letztes Mal Anfang des Jahres noch im Februar unterschritten. Und seitdem eben McDonalds in einem starken Trend nach oben. Und mit dem neuen Rekordhoch hat sich jetzt auch ein neues Kaufsignal dazu gesellt. Wir setzen darauf, dass es weiter nach oben geht, dass die steigenden Kurse anhalten und dass die Kundschaft die McDonalds-Restaurants weiter sehr stark besuchen wird. Das Ganze kann man wie gewohnt mit einem Hebelprodukt spielen. Ein Call mit Basispreis 250 Dollar und Laufzeit bis Juni im kommenden Jahr stellen wir hier vor. WKN sehen Sie eingeblendet. Aktueller Kurs sind 1,30 Euro. Das Omega ist relativ hoch, knapp unter 9. Von daher sind auch bei steigenden Kursen deutlich höhere Kurse beim Call möglich. Deshalb sollte man hier aber auch unbedingt mit einem Stoppkurs zur Absicherung arbeiten. Und den würde ich bei 1,05 Euro platzieren. Blicken wir noch kurz auf die Empfehlung der vergangenen Woche zurück. Das war Volkswagen. Die Aktie hatte sich angeschickt, die 200-Euro-Marke wieder nachhaltig zu überwinden, auch über die 200-Tage-Linie zu klettern. Doch mit den Zahlen gab es dann zunächst einen Rücksetzer. Volkswagen konnte zwar beim Umsatz und beim Gewinn überzeugen, doch ein schwacher, freier Cashflow und ein vorsichtiger Ausblick trübten die Stimmung bei den Anlegern. Deswegen aktuell wieder klar unter der 200-Euro-Marke. 195 Euro notiert die Aktie aktuell. Und entsprechend hat sich auch das Hebelprodukt etwas schwächer entwickelt. Aktueller Kurs sind 5,09 Euro. Empfehlung war bei 5,44 Euro. Doch der Stoppkurs bei 4,80 Euro wurde bislang nicht unterschritten. Von daher, wer investiert ist, kann weiter dabei bleiben und kann darauf setzen, dass die 200-Euro-Marke wieder zurückerobert wird. Doch der Stoppkurs sollte unbedingt im Auge behalten werden. Von daher sind wir heute auch bereits wieder am Ende der Sendung. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, erfolgreiches Traden und dann sehen wir uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder, wenn es einen neuen Tipp der Woche gibt. Bis dahin.